So meine lieben Freunde, nachdem jetzt der Jägermeister das Vergnügen kaputt hat, kommt jetzt der Pompigama. Schauen wir mal, was die hier abliefert. Oh! 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 Ja, liebe Leute und das ist jetzt der Unterschied zwischen 4,6 und 7 kmh oder 4 kmh. und 5,7 Kilo. Qual oder Ente. Drum brauchen wir so schwere Autos normal nicht. Aber der ist halt auf Scale. Und auf Scale darf er so schwer sein. So, kurze Unterbrechung aufgrund eines Feueralarms oder Feuerwehr-Alarms. Jetzt geht es wieder weiter. So, ich gebe das. Ja, das geht durch die Bühne und das mit auch kommt weh. Vielen Dank. 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 Bye. Vielen Dank.